Worin liegen die Vorteile eines Multifunktionswerkzeuges gegenüber einzelner Werkzeuge oder einer Handwerkerfirma? Jedes Werkzeug hat einen Sinn und wie der Name schon verrät, hat ein Multifunktionswerkzeug gleich mehrere. Einfach und schnell können verschiedene Arbeiten mit nur einem Gerät verrichtet werden. Wie funktioniert ein oszillierendes Multifunktionswerkzeug? Oszillierende Universalwerkzeuge bewegen sich in elektrischen Schwingungen hin und her und erzeugen damit genug Kraft. Um auch dickes Material durchzuschneiden, mit oszillierenden Multiwerkzeugen brauchst du weniger Platz und kannst trotzdem präzise kleine Ecke erreichen. Wann lohnt es sich, ein Multifunktionswerkzeug anzuschaffen? Unabhängig, ob du Hobby- oder Profi-Heimwerker bist, kann die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes sich lohnen. Was kann man mit einem Multifunktionswerkzeug machen? Mit einem Multiwerkzeug lassen sich verschiedene Einsatzbereiche rund um das Handwerkern mit nur einem Gerät bewältigen. In welcher Ausstattung ist ein Multifunktionswerkzeug erhältlich? Wie dein Multitool aussehen soll, kannst du relativ frei wählen. Als erstes solltest du dich entscheiden, ob du kleine Reparaturen, gelegentlich Heimwerkern oder ein richtiges Projekt geplant hast. Was kostet ein Multifunktionswerkzeug? Multifunktionsgeräte gibt es in allen Preisklassen von den günstigen per Hand betriebenen Universalwerkzeugen über oszillierende Multitools für Hobby-Heimwerker bis hin zu leistungsstarken Multimass-Tests für Profis. Wo kann man ein Multifunktionswerkzeug kaufen? Mittlerweile kannst du Wechselwerkzeuge im gut sortierten Fachhandel als auch in vielen Kaufhäusern, Elektrogeschäften und manchmal auch in Supermärkten kaufen. Dazu sind in den letzten Jahren noch bekannte Online-Portale gekommen, die Multitools für fast jeden Zweck anbieten. Kann man ein Multifunktionswerkzeug mieten? Ja, du kannst ein Multifunktions-Tool mieten. Wenn du möchtest, in den meisten deutschen Großstädten zumindest, falls du dich noch nicht eindeutig für ein Multifunktionswerkzeug entschieden hast, kannst du bei verschiedenen Fachgeschäften auch eines mieten. Welche Alternativen gibt es zu Multifunktionswerkzeugen? Falls du der Meinung bist, dass dir ein Multitool zu teuer ist, zu viele Funktionen hat oder einfach nicht gefällt, haben wir ein zwei Alternativen parat für verwandte Einsatzbereiche bieten verschiedene Hersteller Auch Kombigeräte an, mit denen sich zwei bis drei Funktionen in einem Gerät vereinlassen Wie funktioniert ein manuelles Multifunktionswerkzeug und worin liegen seine Vorteile und Nachteile? Ein universeller Mini-Werkzeugkasten to go Ein manuelles Multifunktionswerkzeug ist klein, handlich und lässt sich super leicht überall hin mitnehmen Ideal für kleine Reparaturen immer und überall Wie funktioniert ein oszillierendes kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug und worin liegen seine Vorteile und Nachteile? Bei einem kabelgebundenen Multifunktionswerkzeug wird dir eine dauerhafte starke Leistung garantiert Wenn du große langwierige Arbeiten erledigen möchtest, brauchst du dir bei diesem Multitool keine Sorgen machen Die eingeschränkte Mobilität werden kabelbetriebene Multimaster durch hochwertige Verarbeitung und Eine große Auswahl an Zubehör wieder auf Wie funktioniert ein oszillierendes akkubetriebenes Multifunktionswerkzeug und worin liegen seine Vorteile und Nachteile? Mit einem akkubetriebenen Multitool bist du leistungsstark und flexibel unterwegs Während andere Multigeräte an Handlichkeit oder Leistung einbüßen Geht bei Multifunktionsgeräten mit Akku die Arbeit von der Hand Was gibt es alles an Zubehör für Multifunktionswerkzeuge zu kaufen? Die weite Welt der Multifunktionswerkzeuge eröffnet dir eine Riesenauswahl an Zubehör für Verschiedene Materialien und Anwendungen Warum oszillieren Multifunktionsgeräte statt zu rotieren? Moderne Multitools oszillieren statt zu rotieren und eignen sich deshalb sehr gut für präzise und Enge Arbeiten oszillierende Multiverkzeuge können bis zu 20.000 Mal in der Sekunde in einem Winkel Von maximal 3 Grad Grad hin und her schwingen dadurch kann ein Multifunktionswerkzeug mit nur wenig Platz äußerst präzise Arbeiten Was ist der Unterschied zwischen Multitool, Multimaster und Multifunktionswerkzeug? Multifunktions-Tool, Multimaster, Multitool, Multidis, Multidas Auf dem Markt gibt es unzählige Bezeichnungen für dein Multifunktionswerkzeug Aber um das Richtige für dich zu finden Spielt der Name keine Rolle Kann man mit einem Multifunktionswerkzeug verfließte Fliesen kürzen? Man kann mit einem Multifunktions-Tool so ziemlich alles machen, mit dem richtigen Zubehör kannst Du sogar bereits verfließte Fliesen kürzen? Sind Multifunktionsgeräte von Discountern schlechter? Jein, ob der Multitool von Aldi Nord oder der Multimaster von Lidl deinen Erwartungen entspricht Hängt nicht vom Hersteller ab Neuerdings kannst Multifunktionswerkzeuge auch bei den Discountern Aldi, Lidl und Netto kaufen